hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge zombies wir spielen eine map die heißt ruthless und wie es aussieht power first kein kein keine barriere kein gar nichts hier wir brauchen eine waffe box ernsthaft es ist also nicht so einfach zu erreichen dingo ist gut und alles ist aber nicht unbedingt gut nicht vergessen weiter und kommentare unterlassen denn ich poste jeden tag ein video und wenn ihr dabei sein könntet dann wird das schön danke schön dass ich eingeschaltet habt jetzt schon mal von mir gleich hier gucken wir mal also einfache map sowie immer da würde ich mal sagen wir brauchen unsere drei main perks dazu zwei gepäckte waffen und dann maximal maximal runde 20 wenn überhaupt so lange also da müssen wir mal gucken ich weiß den kurzen rasen zu schätzen also ich habe ja mal eine map gespielt hier also das war nicht so der hit von der höhe des rasens ist auch gar nicht draken ist ja alles gut und schön aber ich bin ja mehr für was automatisches mx m1 grant oder mx grant besser gesagt max grant lang peng beast ist auch okay aber automatik waffen und tschüss und tschüss tschüss und tschüss ja sie war genau das willst du mir anbringen ist klar Schiever Schiever Hm? Ja gut Zip krass so, genug gespielt jetzt waren wir mal ein bisschen hier ne, oder bei dir Fischi krass ich würde mich echt verletzen Speed Cola is needed bad Speed ja this is simple map Thundergun L4 Siege, weißt du was? warum nicht? aber erst mal punkten ADS for days komm schon 4.000 punkte Davon sind 3.000 für Speed dringend benötigt. Viel besser! Warum denn nicht gleich so? Hey, Circuit wär nicht gut. Haymaker, weißt du was? Haymaker es ist. So, Jack als nächstes. Ja, wieso nicht? It's me in the corner. Head Machine, ist alles gut und schön. Wir wollen Punkte machen. Ernsthaft jetzt? Head Machine. Ihr wollt unbedingt eure Head Machine an mich verkaufen, ja? Muss ja nicht sein. So, Jack wie gesagt. Danach. Double Tap. Und dann packen wir die beiden guten Stücke mal. Okay, auf Reichweite, auf Reichweite ist das Ding nichts. Spielt mir keine Rolle. Geht's einfach nur ums Prinzip. Geht's einfach nur ums Prinzip. So. 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 spots time. Dock rounds. Irgendwas. Ach Mann. Du, 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 du. Das waren keine Headshots. Krass. Okay, Debt Machine, ihr und eure Debt Machine, haben wir eine eigene Debt Machine hier? Wir haben schon mehr Punkte, Double Points, wäre besser. Komm, komm, komm. Time, Gameplay. Eine Bombe. Ja. Bombastisch. Mr. Boom-Bastic. Sachen aus Plastik. Du, 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 du. Wenn wir ein Ohr zur linken Seite hin haben, kann ich hoffen, dass hier uns einer noch hier von dort spawnt. Komm schon. Double Points. Ist gut. Woah, der hätte aber auch schief gehen können. Da durfte mal jeder mal zu lang. Das ist ja bäh. Echt nicht nett gewesen. Und jetzt bei Capans schon wieder diese Waffe. Shoescheinen. Neng. Let's go. Come on. Ja, jeder hat gedacht, jetzt packt er die Dingo. Näh. Wieso? Man lässt sich doch mehr Punkte machen hier. Komm mal ab hier. Insta-Kill. Wirklich. Hätte ich das nötig? Gut, dass die Zombies einigermaßen Krach machen. Hä? Meinst du, jetzt lauft jetzt mal der nächste hier auf und packt die Waffe? Ja, sicher doch. D-d-d-die-die, Wolf. Pack a punch. Screenshot. Nice. So. Wir arbeiten uns einfach jetzt mal bis Runde 15 vor und hoffen mal, dass es das denn damit getan hat. Cap ist okay. Okay. Jetzt nicht übermäßig schwer. Ein Boss wär gut. Dog-Rounds sowieso. Aber sonst, ja, ne angenehme Map. Wenn man weiß, wo man sich hinstellen kann. Du musst keine Angst haben. Großartig. Reichweite lässt zu wünschen übrig von den Shoe Shining. Aber nichtsdestotrotz. Nicht im Map. Haben wir ein Loch hier. So. Okay. Nun. Und. Sag mal, wir kriegen mal bald ne Bombe hier. Für sie haben wir ne Dead Machine. Muss ja auch nicht sein. Dass wir hier ohne Bombe arbeiten müssen. Shining. Sehr schön. Okay. Einmal ne Ehrenrunde durchgedreht. Schön. Was solltet ihr davon? Da ja wohl. Stille tritt ein. Eine nachdenklich. Runde. Wieder denkt man drüber nach, was er jetzt getan hat. Oder auch nicht. Jetzt fährt's an vorne. Zack, 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 zack. Triple head shot. Collateral. Zipfire. Jetzt wollte ich es aber wissen, wa? Du-du-du-du-du-du-du Stimmen wir mal in der Ecke hier So, also Ihr habt die Map gesehen Mehr gibt es leider nichts anzuschauen Gut gemacht Ein paar Barrieren rein Boss Vielleicht ein paar Doggrounds Nicht so einen starken Dogs Und sonst Gut gemacht Also, wenn es euch gefallen hat Like-Button drücken Abonnieren, Kommentar unterlassen Und dann sehen wir uns Beim nächsten Mal wieder Bis morgen Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.